Da kommt hier ein Baugerüst an, gefahren. Wenn ihr aufs Kuletteläufe da oben habt, dann ist das fantastisch. Aber gehen wir ruhig auch nicht. Doch, nicht sogar anders. Ich bin leider mit dem Baumaß am Start. Und damit hier keiner irgendwie durch Stütter oder sonst was verletzt wird, würden wir uns gerne durch einen Sicherheitsbereich einrichten. Können Sie machen, das rechts und rechtsseitig? Wir handeln einverständlich. Wir respektieren euch. Das Problem ist nur, ich würde sie gleich bitten, dass wir ihnen außerhalb des Bereiches stehen. Ich denke mal, da können sie aber noch genug filmen. Ob wir das hier alle gut oder das nicht finden, da mache ich jetzt keine Wartung wieder. Aber es geht um die Welt. Da sind Sie dann so nett und schauen schon mal. Wie nett? So nett, dass Sie mit Ihrem Bollerwagen außerhalb des Bereiches fahren. Aha. Sie können auch gerne von drüben filmen oder von der Seite. Ja, ich weiß ja noch gar nicht, wie weit geht der Bereich jetzt. Sie haben ja jetzt erst angefangen. Genau, die haben wir gerade die Kunden in der Zeit so geklattert haben. Ja. Das wäre ganz nett. Genau. Und hier Straße auch nicht? Straße auf gar keinen Fall. Aha. Okay. Hier sind zu viele Fahrzeuge. Alles klar. Danke schön. Ja, so wie es hier aussieht, Leute, die Bauarbeiten beginnen. Wir müssen hier leider etwas draußen bleiben, aus Sicherheitsgründen. Wegen Steinsplittern und Ähnlichem. Hier wird gerade die Säge angeworfen. Also die Nachrichten haben verbreitet, dass die Demo hier um 13 Uhr sein soll. Die Menschenkette ist für 9 Uhr geplant. Ja, und so ziemlich pünktlich um 8 Uhr fängt es an. Ja, und so ILmärkten. Die Patienten gehen bei einem変êtes Gründen. Vielen Dank.